Das Ziel in Phase 1 ist die genaue Beschreibung der Förderaufgabe und der daraus erwachsenen Anforderungen an das Fördersystem. Normalerweise werden die Ergebnisse in einer Art Pflichtenheft hinterlegt und in dieser Form von den Entscheidungsträgern zur Kenntnis genommen. In Phase 2 werden mehrere Lösungsvarianten ermittelt und einer gegenüberstellenden Bewertung unterzogen. Hierzu werden geeignete Beurteilungskriterien entwickelt, mit deren Hilfe die verschiedenen Varianten bewertet werden können. Das Fördermittel, das die Kriterien am besten erfüllt, wird schließlich ausgewählt. Die Realisierung der ausgewählten Lösung erfolgt in Phase 3.